Wäre es nicht schön, wenn man nicht einfach seinen PC überall mit hinnehmen müsste und nicht so einen Kabelsalat vorfinden würde, wie man das hier so gerade sieht? Das geht und das erfahrt ihr auch gleich, wie es funktioniert in dem nächsten Video, was jetzt hier nachkommt. Und zwar mit dem Intel Compute Stick, der einen M3 Prozessor drin hat und sich mithilfe dieser kleinen Tastatur und integrierten Maus fernsteuern lässt. Bis zum Video gleich. Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Äpfel sind wir beim Start und zwar geht es dieses Mal um etwas Spannendes. Und zwar, wie wir hier so sehen, hätten wir hier fast einen vollwertigen PC bzw. eine Multimedia-Halle bzw. eine Zockerhöhle oder irgendwas vor uns. Wir haben auf jeden Fall Maus, Tastatur, jede Menge Kabel und einen Bildschirm und ein Stromkabel natürlich. Aber interessant wird es jetzt, eigentlich suchen wir jetzt natürlich irgendwas anderes. Eigentlich bräuchten wir jetzt vielleicht noch ein PC, ein Tablet oder irgendwie ein Laptop, Ultrabook oder sonstiges, was wir da anschließen können. Tja, wenn ich jetzt aber sage, dass es gerade in doppelter USB-Stick Größe einen vollwertigen Windows 10 PC gibt, da wird der ein oder andere schon ins Stutzen kommen. Ich war es auch. Und da ist er. Tatsächlich ein vollwertiger Windows 10 PC, den man einfach nur per HDMI in einem Monitor seiner Wahl stecken muss. Das ist schon mal eine ziemlich interessante Sache, was Intel jetzt hier auf den Markt geworfen hat. Das Ding ist sozusagen jetzt eine Art Retro-Review, weil der Stick aus dem Jahr 2016 ist. Das ist ein Core M3 Insight. Das heißt, der Prozessor ist gar nicht mal so schlecht. Das darf man sich gar nicht mal so vor Augen halten. Das kleine Ding ist sogar luftgekühlt, hat einen kleinen eingebauten Ventilator drin. Hier an der Ober- und Unterseite wird Luft angesaugt und rausgepustet. Wir haben tatsächlich einen vollwertigen USB 3.0 Slot. Wir haben einen Ein- und Ausschalter. Wir können uns das Ding um den Hals hängen, wenn wir möchten, weil das hier einfach noch für das Schlüsselbund eine Möglichkeit bietet oder für ein Secure-Schloss. Ansonsten haben wir einen Micro-SD-Kartenslot bis 128 GB. Dazu kommt noch ein USB-C-Port. Das Interessante hieran ist aber auch das Netzteil, welches natürlich gleichzeitig als USB-Hub benutzt werden kann. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Lufteinlässe und den standardisierten HDMI-Ausgang bzw. Eingang, sage ich mal, weil wir ja den Stick in einen Bildschirm schieben und dann in Betrieb nehmen können. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt direkt mal an. Da wir ja nun den großen Vorteil haben, dass wir ja bei den meisten Monitoren schon einfach USB-C bzw. an der anderen Seite natürlich auch irgendwo hier die kleinen HDMI-Eingänge haben, gucken wir mal ganz genau, wie das hier so funktioniert. Wir können den Stick also individuell jetzt hier zum Beispiel reinschieben. Das machen wir, indem wir jetzt so eine flexible Verlängerung an der Stelle nehmen und klicken den Stick direkt fest. So, unser vollwertiger PC hängt nun also in einen von den HDMI-Ports drin. Das einzige, was ich jetzt noch brauche, ist Strom. Das Gute daran ist, dass wir jetzt hier einen USB-C-Monitor haben. Da zapfe ich mir den Strom direkt raus. Ansonsten bei jedem anderen Monitor, der weitere USB-Anschlüsse hat, kann ich mir den Strom direkt auch holen oder das integrierte Netzteil benutzen. So, nachdem der PC nun mit Strom versorgt ist, wir sehen mal oben rein, haben wir hier die 5 Volt und 800 mA ganz grob, die ausgegeben werden per USB-C-Kabel in unseren Mini-PC rein. Der startet auch schon gerade. Wir haben natürlich nur einen USB 3.0-Port. Da kann man sich aber ganz einfach Abhilfe schaffen mit einem USB-Hub, welcher natürlich noch vonnöten sein sollte. So, nachdem wir das Ganze nur noch angeschlossen haben, sehen wir jetzt hier eigentlich nur noch Folgendes. Wir haben jetzt hier den kleinen Mini-PC. Hier geht das ganze Spielchen weiter und bis da drüben können wir das dann benutzen. Das heißt folgendermaßen, wir gucken hier oben rein, drücken den PC einmal auf Start. Das heißt, der Schalter befindet sich hier drüben. So, und sobald das Gerät angeht, kommt da der Strom durch. Und wir müssen bloß noch gucken, dass wir hier alles mit Strom versorgt bekommen. Da fängt auch die Tastatur schon direkt an zu leuchten. Das erfreut mich schon mal im höchsten Maße. Wir drücken den Bildschirm an der Stelle einmal an und gleich werden wir sehen, was an der Stelle jetzt hier direkt passiert. Wir müssen direkt mal schauen. Wir sind nämlich noch im USB-C-Modus. Das heißt, wir gehen erstmal hoch. Ich glaube, das müsste ja dann der erste HDMI-Eingang gewesen sein. Und dementsprechend war es anscheinend nicht. Das heißt, es gehen wir auf den zweiten HDMI-Eingang. So, normalerweise, wenn der Monitor vorher an ist, meldet er direkt, wo der Strom herkommt. Und da sehen wir auch schon, der Intel Compute-Stick, der startet an der Stelle schon mal und möchte uns das vollwertige Windows gleich präsentieren. So, nach ungefähr einer Minute des Startens ist es dann auch soweit. Das kleine Gerät hat sich jetzt hochgefahren und eingerichtet. Dementsprechend setzt natürlich das Grund voraus, dass Windows 10 natürlich drauf installiert ist. Windows 10 Home gibt es natürlich als Alternative dazu zu kaufen. Man kann aber auch bei Bedarf ganz normal eine Linux-Version aufspielen. So, wir gucken in der Zeit, wo der startet, jetzt hier nochmal runter. Ich sag mal so grobe 60 bis 90 Sekunden braucht er, bis er so auf jeden Fall volle Einsatzbereitschaft zeigt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, weil wir ja, wie gesagt, nur von der Zwei-Finger-Größe an der Stelle hier reden. Und da sehen wir es auch schon, die ganz normale Windows 10 Oberfläche ist aufgebaut. Dementsprechend können wir also mit den Arbeiten beginnen, so langsam. Nochmal von oben drauf geschaut, sehen wir das Ganze an der vorderen Seite. Wie gesagt, die Kabelei sieht natürlich im Moment nicht so schön aus. Und das Schöne daran ist, dass wir hier auf der Rückseite dann nochmal den USB-C-Multimeter haben. Da sehen wir 5 Volt. Ein PC mit 5 Volt zu betreiben, ist schon manchmal eine Kunst. Der hat, wie gesagt, noch einen eingebauten Lüfter an der Stelle drin. Baut sich jetzt gerade auch weiter auf, denn ich bin gerade noch ein bisschen am rumfixen, dass das Gerät flüssig läuft. Wie wir jetzt hier schon direkt sehen können auf den ersten Blick, ist das also wirklich ein vollwertiger Windows-PC. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal aufgerufen und habe jetzt hier mal die DirectX-Diagnose-Programme eingegeben. An der Stelle sehen wir ja DX-Diag unten in die Systemleiste. Dann sehen wir hier 4096 MB RAM hat das gute Gerät. Und wir haben an der Stelle den M3-Prozessor drin. Das ist schon mal ziemlich passend. Der wird jetzt hier zwar nicht angezeigt, weil hier nicht zutreffend steht, ist aber auch nicht weiter wild. Denn der hat die integrierte Grafik, die HD Graphics 515, die gar nicht mal so einen schlechten Job macht. Die wurde sogar damals im Surface auch mit verbaut. Da war ich echt erstaunt. Das heißt, ich habe einfach mal so ein paar Blicke durch die Gegend geworfen und konnte mir das Ganze mal so ein bisschen verinnerlichen und war recht erstaunt, wie gut das Gerät funktioniert. Allerdings kommt bei solcher kompakten Größe natürlich ein wesentlicher Nachteil daher. Und zwar ist es immer der Preis. Wir gucken mal ganz kurz rein, was die aktuelle Variante jetzt hier so kostet. Da sind wir sage und schreibe auf Amazon bei 388 Euro. Wenn wir natürlich jetzt mal gucken, wie das Ganze hier aussieht, gibt es den auch schon günstiger ab 282 Euro, also schon mal 100 Euro günstiger bei anderen Firmen. Das ist übrigens keine Produktplatzierung an der Stelle. Warum ich das Gerät vorstelle, ist, wurde von einem Kollegen von mir aussortiert, weil das Gerät einfach nur noch zu langsam läuft. Das ist nicht bei allen so. Der hat hier allerdings das große Problem, warum auch immer, der limitiert von der CPU auf 390 Megahertz. Und dann war es das. Man sieht es jetzt hier an der Stelle schon und wir haben 26% Auslastung, das ist das Maximum. Deswegen musste das Gerät weg, sonst wäre wahrscheinlich der Sperrmüll gekommen und hätte es eingesackt. Also versuche ich jetzt mein Glück daran. Na gut, wie dem nur auch sei, Mini-PCs sind wie gesagt dafür geschaffen, dass man zum Beispiel in einem Hotelzimmer sofort seinen eigenen PC dabei hat. Wenn man jetzt nicht immer gleich seinen Laptop benutzen möchte oder in dem Fall halt ein Ultrabook, einen zu kleinen Bildschirm hat und man nicht immer extra zum Fernseher laufen möchte, um irgendwas umzuschalten. Wie kann man das Ganze jetzt am besten noch gestalten? Wir haben natürlich auch eine Bluetooth-Geräteanbindung da. Dementsprechend ist es natürlich empfehlenswert, wenn man eine Bluetooth-Tastatur hat. Die ist an der Stelle natürlich vorhanden. Ruckzuck hat man alle Tasten, die man braucht. Die ist sogar mit Hintergrundbeleuchtung an der Stelle. Lässt man sich ruckzuck verbinden. Und das Schöne daran ist, über den USB-Hub kann ich mir, in dem Fall jetzt nicht gezeigt, aber kann ich eine Funkmaus verbinden und kann bis 5 bis 10 Meter durchs Hotelzimmer auch immer da rangehen. Kann dann den PC zum Beispiel an einen Beamer stecken, kann den PC an einen Laptop stecken, äh Quatsch, an einen Bildschirm stecken. Da brauche ich keinen Laptop, so rum wollte ich es eigentlich sagen. Es ist egal, welche Bildschirmgröße ich dabei habe, ob es nur ein 15, 16, 17 Zoll Bildschirm ist oder ein 55 Zoll Bildschirm. Ich kann das von überall bedienen. Das ist schon mal eine recht praktische Sache. Das Schöne daran ist auch, dass es da unterschiedliche Benchmarks schon zu gibt. Ihr seht, bei mir läuft das Ding jetzt gerade noch nicht so rund. Ich habe den zwar schon einmal neu aufgesetzt, aber so richtig, ja, kommt da noch nicht zurecht. Das ist übrigens die Version, die SDK M3W 64cc, damit das der ein oder andere nochmal weiß. Und so hat man auf jeden Fall seinen Desktop-PC immer dabei. Damit wir jetzt nochmal ganz kurz gucken. Da ist er, hinten dran hängt er, schon mal ziemlich praktisch und er zieht einfach nur unheimlich wenig Strom. Er lässt sich auch als Media Center einsetzen, sage ich mal. Natürlich eingeschränkt, sehr klar. Aber man kann auf jeden Fall eine externe Festplatte daran noch anbringen und dementsprechend natürlich damit auch vom Fernseher aus arbeiten. Wenn das Ganze jetzt an der Stelle natürlich stört und keine riesen Tastatur überall mit hinnehmen möchte und sagt, ach, so eine Bluetooth-Tastatur ist zwar ganz cool, aber da habe ich ja dann wirklich nur über Bluetooth eine Anbindung und muss ja dann zuschauen, ob ich dann meine Kopfhörer noch anbinden kann. Für den gibt es natürlich noch eine Alternative und zwar dieses Gerät hier. Das ist so eine kleine Fernbedienung, die hatte ich vorher an einem Android-Stick dran und das hat schon sehr gut funktioniert, denn da haben wir ein Touchpad drin und eine Tastatur, die sogar beleuchtet ist. Wenn wir hier kurz mal einen Blick auf die Tastatur werfen, machen wir mal ganz kurz das Licht an. Die leuchtet jetzt an der Stelle nur in blau, gibt es aber auch schon für 15 bis 20 Euro. Dementsprechend haben wir jetzt also zwei Geräte in einem. Wenn ich so einen kleinen PC mitnehme, muss ich mir ernsthaft überlegen, nehme ich eine vollwertige Tastatur mit, kann ich natürlich machen, oder nehme ich einfach nur eine kleine Tastatur, die so einen Funkempfänger hat, wie einfach so eine Maus und ich habe meine Maus schon integriert. Das heißt, da ist der kleine Funkempfänger drin. Hier hinten drin habe ich einen eingebauten Akku, den kann ich aber noch wechseln. Das ist auch ziemlich praktisch, sieht aus übrigens wie der Nokia-Akku. Ich glaube, das ist er sogar. Naja, gut, wer dem nur auch sei. Das Ganze lässt sich dann darüber über Micro-USB aufladen und dann können wir das Ganze natürlich individuell auch benutzen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht doppelt drauf, das Wort, aber die Aufnahmezeit an der Stelle wieder war voll. Somit können wir also individuell hier einmal direkt durchklicken. Wir brauchen wirklich nur noch dieses kleine Gerät hier und haben alles im Griff. Das heißt, wir können damit alles benutzen, was wir wollen. Wir können YouTube-Videos darüber anschauen, wir können Musik darüber hören, wir können bis zu 4K-Videos gucken. Wie gesagt, vernünftige Prozessor-Variante natürlich vorausgesetzt. Der M3-Prozessor macht da keine Probleme. Das Ding daran ist bloß, dass man natürlich auch bis zu einem M5-Prozessor hochgehen kann, aber der natürlich noch mal wesentlich teurer ist. Das muss man an der Stelle schon mal sagen. Finde ich eine ziemlich praktische Sache. Somit haben wir das Media Center auf kleinstem Raum und können damit eigentlich alles machen, was wir wollen. Wir brauchen nur einen Bildschirm oder einen Beamer mit HDMI-Eingang. Meistens gibt es sowas schon direkt. Und in dem Moment ist das hier eigentlich das Nonplusultra, was man braucht. Wenn wir jetzt mal ganz kurz einen Blick runterwerfen. Riesentastatur. Klar, schön und gut mit der LED-Beleuchtung. Eine Maus noch dazu. Und hier hätte ich dann noch mal eine Tastatur, die alleine schon fast so groß wäre ausgeklappt. Was schon mal eine sehr gute Alternative ist. Wir gucken mal direkt drauf. Da gibt es genau die... Achso. So. Kurze Pause. Gibt es ja genauso die bis zur F1 zu bis F12-Tasten. Ansonsten haben wir hier die beleuchtete Tastatur. Das gibt es noch mal einen Tacken kleiner. Und dementsprechend haben wir alles sogar mit integriertem Mauspad. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gerät schon seit drei oder vier Jahren. Und zuverlässig ohne Ende. Hat jetzt schon den Android-Stick, sage ich mal, überlebt. Dementsprechend geht es jetzt hier mit dem nächsten Gerät weiter. Ja, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen. Hat der Compute-Stick, wie gesagt, auch im Surface seine Arbeit vollrichtet. Da schauen wir mal kurz in die Benchmarks. So, ich habe an der Stelle noch mal kurz CPU-Z geöffnet. Wie wir hier so sehen, haben wir hier gerade mal einen maximalen TDP, der von 4,5 ausgeht. Aber das Gerät hat einen Turbo-Boost. Das heißt, er läuft im Grundtag bei 0,9 GHz und kann natürlich hochgehen bis auf 2 GHz. Und dann geht er auf 7,5 vom TDP maximal. Als nächstes habe ich hier mal gerade direkt bei dem CPU-Benchmark reingeschaut und habe den gegen den Razer Blade Stealth antreten lassen. Den M3 versus den E7 7500U ist natürlich klar, dass der E7 gewinnt. Aber nur mal als Vergleich. Wir haben bei dem E7 natürlich eine richtig große Fläche und eine Kühleinheit. Und bei dem kleinen hier, da lugt er gerade hinten vor, haben wir wirklich nur einen Ventilator. Und wir sehen jetzt an der Stelle, so weit liegen die gar nicht auseinander. Da war ich schon echt erstaunt, auch wenn sie ungefähr im selben Jahr fast rausgekommen sind. Na gut, fast ein Jahr Unterschied, wenn man das Ganze so sieht. Ist schon eine ordentliche Ansage von dem Intel Mobilprozessor auf 4,5 Watt TDP zu 15 bzw. 14 Watt TDP. Und das ist hier auch nur ein Dual-Core. Und der E7 ist logischerweise auch ein Dual-Core. Aber dementsprechend mit mehr Leistung und Kühleigenschaften. Ansonsten, hier sieht man das Ganze nochmal. Er ist halt bei mir dauerhaft ausgelastet. Das ist halt das einzige Problem von meinem Stick. Ansonsten, das gibt es natürlich bei dem neuen Stick nicht, wenn man die neu kauft. Die Temperatur ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, er rechnet jetzt richtig hart, auch wenn es nur 390 MHz sind, weil er halt irgendeinen Schaden hat. Aber er ist ansonsten immer nie über 40 Grad gegangen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist für so eine kleine Leistungsreserve gut. Man kann ohne Probleme 4K-Videos damit anschauen. Man kann natürlich Full-HD-Videos sogar in MKV mit anschauen. Ohne Probleme, indem man einfach hier an den USB-Porten Hub dran hängt und alles weitere darüber verbindet. Ja, das wollte ich an der Stelle bloß mal kurz loswerden. Ich finde es auf jeden Fall eine ziemlich interessante Sache. Wer weiß, woran es bei mir liegt, kann es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Warum das Ding hier so stark am Spacken ist, weiß ich persönlich nicht. Windows wurde schon einmal neu aufgesetzt. Und trotz alledem gibt es da jetzt nichts dran zu meckern. Als nächstes wird jetzt ein BIOS-Reset folgen, beziehungsweise ein BIOS-Update. Und da bin ich mal gespannt, ob das Gerät an der Stelle schon schlapp macht oder ob es dann wieder läuft. Ansonsten 4GB RAM sehen wir, kann man gut auslasten. Ich habe jetzt hier den Chrome-Browser natürlich auf, wo jede Menge Tabs natürlich geöffnet sind, um dementsprechend auch nochmal einen kleinen Überblick zu kriegen, wie gut die Performance des M3 der sechsten Generation ist. Ja, so viel an der Stelle sowieso. Die 1,6 GHz, wie gesagt, sind noch nicht das Maximum. Er taktet von mir aus gerne mal hoch bis auf maximal 2 GHz in der Turbo-Frequenz. Und hält die auch dadurch, dass er lüftert gekühlt ist, kann man an der Stelle nicht meckern. Das Einzige, was natürlich ist, ist der Preis. Aber wir wissen ja alle, dass Desktop-PCs allgemein ein wenig teurer sind. Und wer hat schon Lust, einen riesen Desktop mit 2 bis 5 Kilo mit sich rumzuschleppen, wenn er das Ganze auch in die Hosentasche kriegt, beziehungsweise eigentlich nur noch sowas dazu benötigt oder eine klappbare Tastatur, eventuell noch eine Funkmaus und das alles in eine Tasche packen kann. Das ist natürlich eine ultimative Sache und eine richtige Ansage. So viel an der Stelle nochmal direkt zu unserem kleinen Intel Compute-Stick mit dem M3-Prozessor. Könnt ihr euch gerne mal in der Beschreibung anschauen. Könnt ihr euch gerne mal in der Beschreibung? Könnt ihr euch gerne mal in der Beschreibung? Könnt ihr euch gerne mal in der Beschreibung? Könnt ihr euch gerne mal in der Beschreibung?